Musik Hallo Hallo So, wir wollen mal hier in die Höhle rein Das ist die Höhle Ich zeige die mal auf der Karte Die ist mitten, ja fast mittig auf der Insel In der Hoffnung, dass da Käfer sind Zum Zehen Kackekäfer Ich hoffe nicht, dass meine ganze Kacke schon gespoilt Oh man, die ganze Kacke ist schon gespoilt Die spoilern ja schnell Ich hab noch zwei Kackeknödel Die großen nicht Ich hab, was hab ich? Weiß ich auch nicht Einen kleinen und einen großen Also einen kleinen und zwei großen Ich hab noch ein paar mehr, ich hab viel mehr mit Ähm Kommst du jetzt? Ich will hier nicht alleine rein Ich will da gar nicht rein Warum nicht? Hier hakt's Achso Wir gehen einfach mal mit den Oh, mit Stalaktiten Wo? Oben Titten sind oben Also hier ist die Höhle in der Mitte Die ist eigentlich ganz klein Relativ Ich war schon lange nicht mehr in so einer Höhle Die haben ja jetzt Pilze Und Ah, die pflücken? Nö Das sind Leuchtpilze Die brauchst du auch in Fallout immer Oder? So, jetzt können wir hier Hier lang Angehen Hier hab ich noch keinen Käfer gefunden Doch, da sind Schlangen und Fledermäuse Och, die sind alle gleich tot Und spinnen Mag auch keine spinnen Oh, von hinten Machst du von hinten? So Hier war so ein Käfer Hier ist ein Käfer Was mach ich denn hier? Ich wollt Ich weiß nicht mehr, wie ich absteig Mit E? Ja, ich bin doch doof Ich hab dem ein Dings gegeben Och, die haben ja aber Du Was haben die? Das ist ja harmlos Zu Zähm, meinst du? Ja Der ist ja fast fertig Ich warte wieder 10 Sekunden Was ist das für ein Level? Was? 48 48 48 Das Käferchen Toll Ja, toll Jetzt hat er mir die Kacke aus der Tasche genommen Oder was? Ich weiß nicht, wie ich das Die nächsten Käfer ihm geben soll Das nächste Kacke Genauso? Auf Null? Ne, der ist noch nicht hungrig Ich muss erstmal Frau Schmidt hier hochleveln Auf Movementspeed Damage Damage Der ist immer noch nicht hungrig Och, der Blödmann Du passt auf mich auf hier, ne? Ja, ja, ich sitze hier drauf und bin bereit Wie sitzt die auf passiv? Ich hasse sowas Ja, ich hab gekackt Ja, da muss ich warten Der ist immer noch nicht hungrig Der ist immer noch nicht hungrig Ich weiß aber nicht, wie viel das gebracht hat Also ich hab jetzt drei Drei verschiedene Knödel Einen mit 1,5 Kilo Einen mit 4 Kilo Und Einer ist weg Die großen sind 4 Kilo Die mittleren sind Einer wäre noch ein anderer gewesen Und die kleinen sind 0,3 Eigentlich gibt's noch welche mit 3 Kilo Nö, das ist vielleicht menschlich Ne, menschlich Das sind ja frund Ich hab nur 1 Kilo 3 Kilo Und jetzt haben wir 1,5 und 4 Siehst du, mit großen Mit großen geht's Mit großen geht's super Da Hier ist so ein großer Dremium Also, du, menschliche Kacke ist Wurst Nö Kann man das so sagen? Nein, das kann man nicht sagen Das ist nicht Wurst ist lecker Ich nehm jetzt mal mittlere Das ging gut jetzt, du Das hat aber echt einen Wusch gemacht, ne? Die große Kacke Ja Der stirbt uns doch unterwegs, oder? Pff Aber wir haben nochmal einen gezähmt Letztem komischen Gäfer Kacke Gäfer Wollte eigentlich dann hier durch Und dann nochmal Welche Zähm Fertig Da Den nennen wir mal Äh Beetle Ja, Beetle heißt der ja schon Achso, Beetle heißt er schon Äh VW Dann nenn ich den so Beetle Pff Level 71 Cool, ne? Das ist, das ist cool, ja Willst du den hier stehen lassen? Das überlebt er doch nicht So, hier ist doch erstmal jetzt frei gemacht Wir gehen dann darunter, oder? Ja, aber das baut auch neu, oder nicht? Oh, vielleicht Vielleicht aber auch nicht Ich weiß es nicht Ich gebe dir mal was zu essen Brauche ich aber nicht, ne? Das hält eh nicht mehr lange Doch, das hält noch ewig Gut, dann lasse ich den hier stehen Uh Oder der macht auch mehr Und mach ihn auf neutral Genau Und wo willst du jetzt hin? Hier Ich würde aber rechts rum Hier unten sind aber die Feinde Und damit die nicht rauskommen Würde ich die lieber erstmal wegmachen Hier war der Käfer Und da unten ist der andere Käfer Und den pfeife ich mal Ja Äh T So Ja, er kommt Und hoffentlich Ja, er kommt So Dann kommen wir ja erstmal wieder raus Da haben wir ja schon mal einen Käfer gefangen Das war ja nur echt einfach Ähm Was denn? Ich glaube Jetzt kommt er erst Jetzt kommt er erst Er hat da oben so komisch unten rum getüttelt Ja, der war ein bisschen doof Warte mal, ich mach das mal so Ich glaube, der tüttelt immer noch rum Nein, der soll ja mir folgen Na, komm doch So Jetzt kommt er angedackelt Der kriegt ja nur auf Geschwindigkeit Da getrimmt Der hat auch noch kein Level ab Na komm, du kleiner Jetzt hässliches Mistviech Ist der hässlich Ja, das ist ein bisschen schwierig Den aus der Höhle rauszukriegen Aber der rüstelt da oben Ist irgendwie niedlich Ja Wie eine Antenne Aber das ging ja dann doch besser Als ich dachte Ja Und nicht mit Menschenkacke Sondern mit großer Kacke Ja Von großen Tieren Das ging ratzfatz Na gut, wir haben auch Fünffache Zehngeschwindigkeit Muss ich ja immer dazu sagen Weil ich weiß ja nicht Ob ihr unsere anderen Netzthemen schon gesehen habt Habt Weil wir ja zu zweit noch auf dem Server sind Sonst dauert das ewig Ja, wir wollen ja spielen Und nicht stundenlang hier vorm Rechner hocken Und warten bis ein Tier Fertig gezähmt ist Genau Deswegen geht das bei uns Ein bisschen schneller Da haben wir mehr Spielspaß Wir spielen ja auch noch andere Spiele Wenn du natürlich irgendwie So eine große Gruppe hast Wo sich jeder den ganzen Tag Darum kümmert kann Meine Fackel ist kaputt Mach meine an Das darf der bloß nicht hier runterfallen irgendwo Ich würde jetzt gerne hier wieder rauskommen Boah, das dauert ja ewig Wie viel Ich meine, wie viel Käfer musst du zähmen? Ist das ein Männchen? Äh, nee Nur ne Geht nix dran Ach, da liegen noch keine Eier, ne? Wahrscheinlich nicht Eier liegen die vielleicht, aber In irgendwelche anderen Tiere rein Ja, aber trotzdem Eier Ja, backt mal Ich sehe Licht am Ende des Tunnels Ich nicht Ach, ist das Ding lahmarschig Das finde ich ja lustig Hier geht's raus Doch, jetzt kommt er Wetten, der stirbt beim Höhlenausgang? Jetzt müsste das aber gehen Na komm Im Dunkeln Ein Ecki von hinten Ist irgendwie gruselig Sind wir draußen? Ja Ich glaube, ich glaube, wir haben Höhleneingang Willst du zurück, oder? Ich will zurück Ja, dann Gib mir meine Frau Schmidt Frau Schmidt hast du wieder So Weil hier sollte mir eigentlich nichts passieren Nö, eigentlich nicht Wenn irgendwas Großes kommt, gehe ich in die Höhle So, ich erwarte die Ankunft Ne, das kann man nicht sagen Oh Die Ankunft von Finnel Die Niederkunft Ne, das kannst du nicht sagen Deswegen muss ich ja immer in den Stall zu den Batschis Das, die Geschichte hatten wir ja schon So Hier haben wir jetzt unseren kleinen Käfer Der schillert so toll, ne So, so Als ob er So, so ölig ist Komm mal mit Ich muss dich mal ein bisschen ins Licht führen Weißt du, wo ich ein bisschen enttäuscht drüber bin? No War nur ein Käfer in dieser Höhle Ja Das stimmt Aber zumindest haben wir einen gefunden gleich Das fand ich schon mal toll So, ich brauche jetzt mein Käferfoto Gut Läuft der schon rum? Ja Der ist auf passiv Ja Gut Auf passiv, auf rumlaufen Ich habe gekackt Guck mal Guck mal Da liegt meine Kacke Interessiert ihn aber nicht Der hat auch noch nichts Ne, die Kacke Ich weiß nicht, ob die da liegen muss Nein Oder ob die nicht Ja, er sollte die ja eigentlich auch einsammeln Aber, aber das tut Das weiß ich jetzt nicht Deswegen schmeiße ich die ganze Kacke, die ich dabei habe Mal einfach hier hin Habe ich auf dem Bild gesehen Ich glaube, er Ne, hör mal auf, mich zu schmeißen Warum? Der kann nur eine bestimmte Menge tragen Habe ich gemerkt Ich wollte ihm noch eine reintun Und dann Der soll das ja nur verarbeiten Nein, nein Das dauert aber 15 Minuten Wo weißt du das? Habe ich gelesen Einer hat geschrieben Nach 15 Minuten Hat er der Öl verarbeitet Und Dünger Und ist aber nicht jetzt immer 15 Minuten Aber nur so ungefähr Wahrscheinlich kommt es auch drauf an Wie dick die Kacke ist Ja Ich lasse die einfach mal da liegen Genau Wir setzen uns jetzt hier auf den Felsen Und gucken Lecker Lecker Und dann